Hey Leute, ich bin's Phil und heute gibt's mal wieder eine richtig coole Devon Map zusammen mit den Beats. Moin moin, was geht ab? Wir battlen uns heute gegeneinander und zwar gibt's natürlich das Killer Team hier und das Runner Team. Und du darfst gleich mal entscheiden, welche Rolle du am Anfang wählen willst. Ich glaube, ich runne zuerst. Okay, dann löse ich die Fallen aus. Bin ich mal gespannt. Ich denke, jeder kennt das Prinzip, man muss Fallen auslösen. Und die Aufgabe ist es, Beats 10 Minuten abzuhalten, ans Ziel zu kommen. Und wenn ich das schaffe, hab ich gewonnen. Und wenn er ans Ziel kommt, dann hat er natürlich gewonnen. Die Map ist gebaut für mich. Vielen Dank an IEatYouTodayCaktusse. Auf jeden Fall fresh. Ich freue mich auf die Map. Lasst ein Like da, Leute. Lasst ein Abo da. Start. Let's go. Wie? Achso, ich wurde in Game Boy 3 gemacht, dass du mich nicht siehst. Ah, das ist auch nicht schlecht. Es hat seine Vorteile für dich, aber auch... Ja, und ich kann immer sehen... Nein, was für eine Falle kommt. Aua. Ich hab trotzdem Schaden bekommen. Ich hab... Ja, ich auch. Sogar. Ich glaub mal, das hab ich dir nicht mehr dabei gedacht. So, diesmal... Ne, ne, diesmal... Mach ich's dir nicht so einfach. Jetzt aber... Oh, wie? Das war so knapp. Oh Gott. In der XP-Leiste... Ich wär mit so einem OP-Creeper gespawnt da drin. Ja, ich glaub, der hätte dich gekillt. Die XP-Leiste, da ist auch die Zeit. Wow, da musstet ihr euch. Da wisch ich dich sowas von. Komm schon, komm schon, komm schon. Alle Augen zu und durch. So einfach mach ich's dir nicht. Yes. Oh, du schaffst ihn niemals. Ja. Gut, und jetzt, wo bist du gespawnt, ist die Frage. Das ist wichtig. Ah, okay. Es gibt halt auch verschiedene Welten. Ich hab's verfehlt einfach. Ach, du kannst ihn noch einmal drücken. Nein. Und das hab ich auch verfehlt. Leute, ich muss da echt wieder reinkommen. Oh, Lava. Aber du schaffst es durch. Ich hab's sogar geschafft. So, als nächstes. Da kommt auch eine coole Falle. Ja, direkt. Direkt sagst du. Alter, ich hab nur noch drei Herzen. Du kannst ja gerne... Stimmt, jetzt... Das ist Wasser. Oh, nein. Könntest du die auch zweimal benutzen? Könntest du jetzt... Nee, kannst du jetzt nicht mehr, ne? Nee, jetzt ist hier noch nicht aufgeladen. Und jetzt... Ja. Ja, okay, das hätte lang gedauert. Das hätte lang gedauert. Ja, das hätte ich vielleicht sogar so geschafft. Das stimmt. So, ein kleines Jump'n'Run. Nein, 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 nein. Oh, Gott. Du kommst in die nächste Welt. Jawohl. So. Okay, so. Worum geht's jetzt hier? Oben sieht man's immer. Jawohl. Genau die beiden. Die mittleren Blöcke verschwinden. Ja, das stand nämlich auch auf dem Schild. Meines Spawn-Points. So, okay. Stimmt, in der nächsten Welt gibt's einen Spawn-Punkt. Oh, Mann. Ja, ich glaub mal. Ich weiß nicht, wann ich die auslösen soll. Ich weiß ja gar nicht, was passiert. Ja, ja. Ich aber dafür. Da musst du ja halt dich mal trauen. Yes. Oh, die ist op. Die ist op. Nice. Und es killt dich sogar instant. Oh, kann ich die nochmal auslösen? Jawohl. Jawohl. 450 Sekunden. Jetzt kannst du die aber nicht mehr auslösen. Leider nicht. Und beide nicht. Das Problem ist, dadurch, dass ich dich halt nicht sehe, weiß ich nie, wie schnell du bist. Das ist halt noch schwieriger, ja. Du bist. Das ist mal was Neues. Oh nein, die mit... Nein, ich bin zufrieden. Boah, ich hab's gesehen. Ja, ich hab's gesehen. Wär ich einfach mal stehen geblieben. Aber aktiv... Ja, das ist davon... Die kannst du jetzt gerade nicht aktivieren, die ich sehe. Leider nicht mehr. Nee. Das ist zu spät. Nee, keine Chance. Keine Chance. Nee, man hat da wirklich nicht durch. Nee, man hat da keine Chance. Nee, alles gut. Nein. Das ist halt so heftig. Man muss halt schnell wieder durchkommen, weil sonst kann ich die anderen Fall wieder auslösen. Ja, das ist das Problem. Und immer weniger Sekunden sind hier im Counter. Oh, du bist gerade... Nein. Jawohl. Der hat dich noch hochgewusstet. Alter, ich hätte eigentlich die ganze Zeit einfach zurücklaufen sollen. Vielleicht wäre das ein bisschen schlauer gewesen. Stimmt. Und dann noch den Fuß von Fallen mitnehmen. Oh nein, den kann ich noch nicht einlösen. Das Ding darfst du jetzt gerade nicht benutzen. Jawohl. So, jetzt einfach hier direkt durch. Zum Glück. So, jetzt einfach hier direkt durch. Oh, Mann. Okay, schön angetäuscht. Das sind verschwindende Blöcke. So, was kommt hier als nächstes? Okay. Weiß es nicht. Jetzt, jetzt, jetzt. Ja. Oh, da bist du gefangen. Keine Chance. Ja. Die sind mies. Alter, alles wieder von vorne. Ja, durch die zweite Welt. Nein. Ich habe einfach so drauf gespammt. Ich dachte, ja, okay, wenn, dann wird es erst später aktiviert. Okay, das kann ich leider nicht auslösen. Das war eine schwierige Falle. So, jetzt hier einfach durch. Nee, nee, nee. Das raus da dich nicht. Ja. Nein. Und dann wäre ein krasser Mob noch sogar gekommen. Die hätten so was von Gold. Ich glaube nicht. Kann sein, dass sie mich geholt hätten. Ich gehe schon in die nächste Welt. 320 Sekunden. Ich laufe jetzt hier durch. Wie viele Welten gibt es? Ich glaube, das ist die letzte Welt. Die Nether-Welt. Durch. Komm, fake mal hier nicht an. Na, ich habe es nicht gedrückt. Ja. Das, oh, die werden einfach weggegangen. Was ist das denn? Ja, okay. Das ist halt easy. Das ist halt easy, glaube ich, für mich. Und. Da kommt. Nein. Oh. Was ist die Hölle? Oh, oh. Du musst das Labyrinth finden, bevor die Lava kommt. Nein. Oh Gott. Ja, keine Chance. Alter. Ja, deswegen habe ich es auch so. Aber ich hätte es fast zu spät aktiviert. Oh nein, das war zu früh. Ja, jetzt warst du da zu spät. Jetzt bin ich hier nämlich schon durch. Jetzt aber vielleicht beim nächsten. Ja, jetzt bin ich den Weg richtig. Oh nein. Ja, was ist jetzt hier Sinn der Sache? Tja, wenn man das weiß. Komm. Ja, oh, die steigt richtig schnell. Wow. Die steigt ja schnell. Man weiß es halt nicht, ist das Problem. Krass. Ich habe es sogar außersehen gesagt, aber du hast es nicht gehört. Ja, doch. Also ja, am Ende wusste ich es halt. Schau mal, die Lava kommt schon. Oh nein, oh nein. Kannst du auch nochmal zurück? Oh nein, oh nein. Ah, nee. Naja, es macht jetzt keinen Sinn. Ich war schon mittendrin. Es hat keinen Sinn mehr gemacht. Aber du hast noch so viel Zeit. Die Lava steigt zu schnell. Nein. Oh. Ich steige nicht zu schnell. Ich hätte es geschafft. Ja, du hättest echt geschafft. Kann ich das wieder aktivieren? Komm, das wäre perfekt. Ich spam drauf. Ich spam drauf. Der Block muss wieder kommen. Yes. Let's go. Ich schaffe es. Ich schaffe es. Ich schaffe es. Ah, nein. Ja. Schade. Sehr gut. So, jetzt habe ich hier vielleicht ein bisschen mehr Zeit. Du hast ihn zum Glück. Nice. Und dadurch. Ich habe die ganze Zeit einen Block über dir. Ja, aber du hast es halt. Ich hätte es langsam probiert. Weil jetzt kann ich ihn gleich wieder einlösen, wenn du da bist. Oh ja, der ist wieder grün. Okay, so. Und jetzt direkt aktivieren. Komm. Oh nein. Okay. Aber da steigt ja auch die Lava. Und sehr nice. So, jetzt habe ich hier. Nein, ich hätte noch was aktivieren müssen. Du musst zurück. Ich muss gar nichts. Oh, nein. Was ist hier drin? Die Lava kommt nach vorne. Was geht hier ab? Ich glaube, ich bin im Ziel. Ich hätte da noch was aktivieren können. Nice. Alter, okay. Oh, wie viele Sekunden hast du denn? Das war eine gute Taktik. Ja, du bist einfach so durchgerusht. Ich war zu langsam am Ende. Okay, wir wechseln die Teams. Und das Gleiche können wir nochmal machen. Nur so, es ist ganz schön dunkel hier. Ja, ich habe dich gerade eben noch gesehen. Es ist ein paar Sekunden später jetzt. Ich habe aber noch Gamma umgestellt, dass ich hier ein bisschen mehr wieder sehen kann. Nein, da kommt ja so ein Zaun. Au, ich bin auch gestorben. Nice. Jawohl, und hier rüber. Jawohl, komm, komm, komm. So muss das. Ich kann hier rüber rushen. Jetzt bin ich hinten mehr. Du kannst jetzt einfach durchlaufen. Ich komme da nicht mehr hin. Und ich sehe... Okay, das ist fail. Problem ist gelöst. So, oh, ich sehe halt Beats Partikel. Aber ich weiß ja immer, dass er da steht. Oh Mann, komm schon. Das ist so weit. Nein. Oh Gott, Charged Creeper ist echt charged. Ja, da ist es richtig groß. Oh, ich wollte da gerade noch durch. Jawohl. Wow. Oh, das habe ich da raus geschafft. Jetzt kommst du aber nicht durch. Doch, doch, doch. Also, ich darf auf jeden Fall... Ich muss den Checkpoint holen in der nächsten Welt. Und da sind Ambosse. Die sind... Ich glaube mal, da kann ich... Da kann ich easy rüber. Und zwar, wenn ich einfach so los sprint. Jawohl. Oh, oh. Zum Glück bist du nicht durchgelaufen. Oh, jetzt. Oh, die Schneebälle. Die waren auch noch okay. Und jetzt habe ich zum Glück einen Checkpoint. So, die Blöcke... Die verschwinden gleich. Nein, die verschwinden. Und jawohl. Yes. Oh, das ist halt ein guter Trick. Den habe ich erst jetzt halt im Nachhinein erkannt. Schön passend durch. Na, ich wollte wieder zurück. Auch nicht die nächste. Oh, ich sehe dich da hinten schon, weil du unsichtbar bist. Oh nein, ich habe gegessen und aus Versehen gedrückt. Nice. Ja gut, ich habe auch ein paar Fails gemacht. So, was kommt denn hier? Ja. Oh, schade. Die geben mir jetzt noch Damage. Und ich bin gleich beim nächsten Checkpoint. Was kommt da? Das ist halt so mies, glaube ich. Nein, nein, nein. Was kommt da? Okay, nein, nein, nein. Ich kann abhauen. Die bleiben nicht so lange. Ja, komm schon. Yes. Oh, oh. Yes. Ich habe es geschafft. Zum Glück war die Falle nicht so stark. Kommt gleich. Jawohl, weiter. Und jetzt, ich weiß halt nicht, wie es da lang geht. Das ist viel zu lang, das Labyrinth. Hä? Das ist viel zu lang. Aber ich habe es. Jawohl. Und jetzt gleich da runter. Ich kann nicht drücken. Ich gehe aber nochmal zurück. Ich kann den Block nicht drücken. Echt? Nö. Hast du den schon ausgelöst? Nein, habe ich nicht. Sonst wäre die Lava gestiegen. Oh nein, ich bin aber eh gefailt. Haha, nice. Diesmal schaffe ich. Nee, klar. Nee, diesmal schaffe ich das nicht. Oh, Mann. Nice. So. Ja, die zwei Jumps sind nicht ohne. Nein, man kommt ja gar nicht mehr zurück. So, da ist der nächste tot. Komm schon. Also. Ja, end. Zum Glück, das war so knapp. Was war das denn? So, soll ich spekulieren, dass du es nicht schaffst? Oh, endlich. Das waren halt zweimal solche Sprünge. Er hat es geschafft. Und? Ja. Nämlich da konntest du eine Tür auswählen. Hast du das gemacht überhaupt? Nee, ne? Ja, ja. Aber ich glaube zu spät. Die rechts oder links? So, das war die Falle vorhin. Und hier? Ach so, die wurde einfach schon ausgelöst. Ich kann hier gar nicht lang, ne? So wäre... Wow. Haha. Okay, hier. Oh, das wäre geil, wenn du jetzt noch verbrennst. Nee, bitte nicht. Also hier wird auch über Lava kommen nur noch vorne. Okay, ich habe es hier geschafft. Ja, aber hier ist doch ein Boden schon verschwunden, oder? Lol, die Zeit war vorbei. Ich habe gewonnen. Die Zeit war noch gar nicht vorbei. Okay, also die Zeit wäre eigentlich erst bei 30 Sekunden vorbei. Es wäre nur noch ein Loch eigentlich gewesen. Aber da bin ich noch vor verbrannt. Plus wir haben ein paar Fehler gehabt. Aber ist ja nicht so schlimm. Es war auf jeden Fall ein nicer Devon, Leute. Falls ihr mehr davon sehen wollt, gerne jetzt mal alle liken. Lasst auch gerne ein Abo da. Und schaut bei Beats vorbei. Und ansonsten sehen wir uns morgen wieder. Haut rein und ciao. Ciao.